Äh, Stern... So, Leute, wir sind wieder bei der Nachtzockerei. Eine neue Staffel... Bad Nudes. Dennis, sag doch mal Hallo. Servus. Ich zocke, ein geiles Gang. Es ist scheiße geil. Ich muss immer singen, wenn ich so eine Mucke höre. Scheiße, ich werde wieder abbrechen. Nur wegen der Musik. Ich reiche nur wegen der Musik ab. Wir springen runter, verdammt. Hm. Okay, Leute, ich bin dran. Den, 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 den. Oh, 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 fuck. Er nutzt diesen Drehsprung. Du weißt schon. Genau. Es zieht so viel ab. Das machst du einmal und dann verpisst du dich. Die Steuern ist scheiße. Lädst du das, ähm, lädst du das jetzt wirklich hoch als zweite Staffel? Vielleicht. Na gut. Komm, mach ihn fertig. Noch ein Stück. Ja, du siehst ja nicht die ganze Zeit die geile Mucke. Mein Mann. Stage motherfucking clear. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stages es gibt. Ja, Leute, wir müssen mit flüstern, weil, ja, ihr wisst, wir müssen mit schlafen gehen. Ja, irgendwie schon. Leider. du musst nach oben drücken und dann sprengen ach was du bist ja ein Schlaumer ich wusste das nicht ohne Scheiß jetzt jetzt peiche ich dich aus die Schweine hier die Waffe ist so geil ja was ich meine peiche kästen das ist da kalt drin Ratchdoll mäßig würde ich jetzt unten liegen hey nein schau den Gegner doch an wie der da stehen darf jetzt habe ich die geile Peitsche verwendet das ist keine Peitsche aber mir egal es zieht so viel Leben ab naja das geile ist man darf unendlich Continuous verschwenden zumindest haben wir das bis jetzt so bemerkt fuck 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 muss man jetzt zum Bildschirm auch sofort gehen oder scrollt alles automatisch alles scrollt automatisch Fuh, wuh, 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 wuh. Hast du mich einen auf Bussli oder was? Ja, ich bin Bussli, motherfuckers. Ja, viel auf doch. Du Wichser, Mann. So unfair, ey. Komm ran. Komm ran. Also vor der Aufnahme noch hat Timmy gesagt, das Spiel ist scheiße, aber nur die Musik ist geil. Stimmt's? Ja, und stimmt auch. Hallo, wegen der Musik ist das Spiel geil. Ja, deswegen ja, das ist ja der Scheiß. Oh scheiße, die Moschee von oben. Äh, du. Der will ich kapfen. Oh, Prinz-O-Persian-Messer. Scheiße. Alter, Timmy ist weitergekommen als ich. Schon meine Taktik ist, wenn die Grau... Hey. Kann man nicht auf deinem Plattform spielen? Moment, ich muss das nicht hier. Hey, ich dachte, du kannst einfach das Wissen nicht aufstehen. Wie wild. Ist da nicht Platz, Blum? Hast du es nicht auch so übernacht, die? Ja. Aber ich hab's jetzt getestet, aber es geht nicht. Weil wegen den grauen Bastarden will ich da mal ausweichen. Ja, du musst die Peitsch haben. Sorry, Leute, es war kurz, still, aber egal. Du musst diese Peitsche nehmen und dann passt das. Pass auf. Hey, okay, ich schau dir jetzt einfach dem Meister zu. Obwohl ich der Meister gerade eben im Spiel war. Oh, noch langsamer kann man nicht vor-scrollen, oder? Ich weiß, deswegen langweilst du mich auch. Pass auf, jetzt ey. Buh! Oh, du Wichser, Alter! Schau mal, mich langweil ich dir. Deswegen würde ich gerne ausweichen auf dem Boden, aber... ...bei so einer Fahrt ist das ja verrückt. Nimm das Leben. Penis? Ach nee, Kallus, eben guter Tipp. Pass auf, jetzt ey, ich zeig dir. Boah. Oh, du Wichser! Penis? Oh, diese Schweine! Und ja, wann hände die Nachtzockerei? Ich glaube, wenn mein Router ausgewacht wird. Ja, genau. Also, in der Verabschiedung meinerseits wird's bestimmt nicht geben. Ja, klar! Schau dir voll in dich Fäusten! Okay. Gerade eben wollte ich sagen, das Messer unfass, aber die sind auch nicht gerade schwer, die Säckchen. Was quer uns schneller, du Bitch? Warum dumm hast du da scheiß Bus vorbei? Snell-Cafe! Boah! Ja, das denke ich mir auch irgendwie... Nein! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, ich bin so schlecht. Die erste Stage lief bei mir besser. Aber diesmal die zweite läuft bei dir besser. Ist mir egal. Du bist... Einfach drauf und es sind bieten ab. Spring doch! Warum hab ich die geile Peitsche nicht? Ich hab am Anfang verkackt zu holen. Oh, du! Ich will das einfach, dass du so besser machst als es. Boah! Willst du mich aufregen? Willst du mich aufregen? Hä? 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 Schau mal, du kriegst die geile Scheiße. Die Brust lief auf dir. Oha! Ja, du Peniskopf! Ja, aber du spürst es bestimmt aus Performance Gründen so langsam. Klar ist es auch aus Performance Gründen so langsam. Ich mein, schneller machen könnten die's glaube ich nicht. Dafür sind zu viele Objekte im Bild. Ja, das ist am Leben! Oh ja! Das ist der beste Tipp des Kino 7. Oh yeah! Boah, jetzt hab ich dich aufgepasst! Okay, ich höre auf abzulenken. Nein, 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 das ist ein bisschen schlimm. Oh du! Oh du! Oh du! Oh du! Langsam kennen wir hier alle Gegner. Das blaue Fuzzis laufen nur rum, die schmeißen Sterne, und die anderen, naja. Oh du! Scheiße! Oh du Bitch! Oh ich will mal besser sein als Timmy! Nein, komm! Nicht verkacken! Kalein! Boah! Wahnsinn! Nein! Nein! Scheiße! Au! Was soll das Leben darstellen? Irgendwie schon? Irgendwie so'n Kasten? Ein Happy Meal von McDonalds oder was? Aspirin ist es jetzt grad nicht? Ach, ach so! Mit der Pfaffel kann man die Sterne wegmachen? Ja! Hell yeah! Kaleinusin wird jetzt absahnt, weil er das Spiel gegessen hat. Gecheckt hat! Oh yeah! Ich kann nicht sehen! Ich will es auch nicht! Nein! Oh du Bitch! Verlieb in die Fresse! Okay, das kann ich auch! Mann! Oh mein Gott, am Ende kackst du ab! Genauso wie ich! Hätte der Pfaffel gehabt, glaube ich! Ich würde am liebsten so losbrüllen, aber nein! Man muss flüstern! Ja, natürlich! Scheiße! Halb eins! Wir vertreiben so viel Scheißzeit bei den Spielen! Warum sagt Kai Spiele, wenn es ein Spiel ist? Naja, wir haben schon davor gezeigt! Schau diesmal, komm bei dir zwei dieser Saison! Ich habe noch nicht mehr als ein Spiel abroten sollte! Ach so fängt im Leben! Also für mich sah das irgendwie aus wie eine Dose! Vielleicht ist da Dosenfutter! Anders kann ich es nicht logisch erklären! Ich muss aber nicht fertig! Ich muss nicht rumsen! Futsch! 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 Verdammel! Nach diesen vielen Anläufen, glaube ich, haben wir es langsam raus! Du Wichser! Futsch! 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 Wichser! Wichser! Du Penis! Bei den Händen, die welche schmeißen, muss man ducken, um es abzuwehren, glaube ich! Ja, hab ich jetzt auch grad gecheckt, ey! Ja, ich hab schon davor gecheckt, aber jetzt sag ich dir! Oh, du Penis! Oh, du Bitch! Der haut einfach ab! Ey, genau! Du soll ich nicht nehmen, das ist scheiße! Weniger Reichweite! Oh, was bist du für ein Aufschluss? Der war vorhin bei mir, da hab ich gedacht, der tut da eine Pistole oder so! Dudes! Keike! Ähm... Das Messer tut mit scrollen! Irgendwie schon! Jetzt scrollt's gar nicht! Geh mal ganz nach rechts! Lol! Angehalten! Mmh! So ne Scheiße! Na, der Kai versucht's jetzt mal! So geil, das ist unendlich! Nein! Immer! Immer wieder! Immer wieder! Immer wieder fähig zu leben! Höheh! Du hast ein Futter! Gib her! Gib her! Gib her! Ich brauch es! Komm, Timmy, sing doch mal was. Kannst du es doch so gut machen. Ja, fick dich. Ja. Ich erinnere mich nur an Dr. Mario. Ja, da hast du doch gut gesucht. Fick dich. Lol, Autofire sieht lustig aus, warte, ich mach's gleich. Ciao. Ey, das ist so geil, da kann ich hier Autofire nur. Nein, nee, das verspringt. Autofire schon lang, kommt gleich. Ach, das ist so ein bisschen schneller, super. Da häng' euch lieber auf. Ah ja, meine Antwort gehört, ich bin so passiv gedozt. Mann, ich will nicht abreden. Nur noch ein Stau. Nein. Jetzt kommt der Beste, der Ballard. Oder der zu Menschen verteilt irgendwas. Nein. Ey, aber die Straße ist erst gefängt, man hat nur vier können da. Links. Blablabla. Boah, Alter, deine Stimme... Deine Stimme war übelst scheiße, grad eben ging's wieder. Warum? Wegen rockeln? Ja. Deine Stimme macht's besser, das spür ich. Ja, war. Da, 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 da. Mann. Wack, wack. You motherfuckers. Die Beste. Jetzt kostet er mit dem Leben. Der ist ausverkauft. Ah, da ist er. Das ist ne Dose. Oh. Vielleicht dann mitfährt's. So, diesmal mach ich nicht den Fehler. Ja. Ich hab' gelernt's. Drei... Jahrelange Erfahrung. Brauch ich das? Nein, nichts hat sich aufgefüllt. Ich hätte es sparen sollen. Wer weiß, ob wir es nicht verschwunden werden. Darauf kann man hoffen bei so alten Spielen. Denn wir sind kein 07, macht nur Hit. Ich weiß, ich singe nicht zu Musik, sondern zu was anderem. Fuck. Oh, das... Man kann doch nach oben hauen. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Scheiße. Hier ist auch ein bisschen Sprite-Limitation, merke ich gerade. Oh, du Bastard. Die für einen Power-Up mit Leben wäre hier nicht schlecht. Und das ist jetzt alle von links kamen. Aber wenn ihr von zwei Seiten kommt, dann ist das scheiße. So, das ist doch die Spitze des LKWs, oder? Gleich kommt der unfaire blaue. Oh, das ist doch nicht mehr. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Deutsch. Ja, da ist er. Komm näher. Ja. Ich habe jetzt ein paar Jahre altes Messer. Oh, du Blitzsch. Hey, ich habe jetzt Game Over vor dem. Mann. Hoffentlich darf ich bei dem weitermachen. Hey, nicht abkacken, Junge. Junge, man. Kein Breakdance-Wahn, sondern die Waffe schnappen. Ich weiß nicht, wie lange die Scheiße hier liegt. Ich weiß nicht, wie lange die Scheiße hier liegt. Ich zeige, hier ist auch völlig umsonst da. Ich meine, hier kann man nicht trödeln. Ah ja, Autofahrersprung. Ach, das ist kein Autofahrersprung. Klar, Mann, ich habe es doch vorhin auch gemacht. Nein. Du tust hochgucken, keine Ahnung. Du musst runterdrücken und dann springen und dann kommt das raus. Ach so. Ich habe einen größeren Highschool als du. Aber das ist schlecht und nicht gut. Oh, Demi, das machst du jetzt irgendwie mit... Hey, der Typ hat Strumpfhosen. Der ist eins schwul. Was geht mit dem ab? Volles Blinter Cell, ey. Yeah, Demi tanzt so Musik. Was ist gehört? Was gehört? Skypads hat sich gesendet. Skypads hat sich gesendet. Ich habe nichts mitbekommen. Oh, du hättest doch reagieren sollen. Hab ich doch, aber die Scheiße nicht. Ja. Boah, schau dir diese... So. Ah, das ist die Technik. Oh, du. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Fleck da bleiben soll. Hä? WTF? Gleichstand. Gleichstand. Es wird nicht gut gehen. Oh. Scheiße. Gleichstand schon wieder. Wir werden gleichzeitig abrecken. Oh, wir werden... Ja. Der Kai lebt seine Hände. Ich bin wieder zurück. Scheiße, jetzt geht's gar nicht. Oh, komm, anderes Spiel, ey. Ich weiß, ich habe auch genug. Okay, wenn ich abrecke, dann ist Schluss. Genau. Weil jetzt ist die geile Mucke weg. Jetzt habe ich keinen Grund, es zu stoppen. Wie heißt noch mal den in welchen ich spiele? Ritt oder so? Ich habe mir doch Namen. Schmuchtel. Oh, bin ich schlecht. Ja, dass ich ihn so ein bisschen berührt habe. Also Schluss? Ja, Schluss. Okay.